Sie haben auch oft Probleme Ihren iPod oder Ihr iPhone irgendwie hinzustellen? Das ist nun kein Problem mehr, denn ab jetzt gibt es den iPlunger. Der iPlunger ist ein kleines Gadget, das Sie ganz einfach hinten an Ihr iPhone oder Ihr iPod anheften können und ihn darauf aufstellen können. Das Ganze funktioniert nicht nur in einer, sondern in ganz vielen verschiedenen Stellenweisen. Der iPlunger erhält von mir für das Design 8 von 10 möglichen Punkten, für die Verarbeitung 8 von 10 möglichen Punkten und für die Idee 9 von 10 möglichen Punkten. Aus diesem Grund gibt es eine absolute Kaufempfehlung. Viel Spaß mit diesem Gadget!